Ich schieb's ja nicht! Ich schieb's ja nicht! Du willst bitte mit der Klarer? Genau, der Bernhard stellt zwar die Fragen, aber ich kann den Mund dazu bewegen. Ich kann nicht raufhören. Müssen wir nicht so sagen, nein. Nicht lachen! Und dann haben wir sich einfach nicht mehr rausgesehen und haben einfach die Soko Refiguro ins Leben rufen müssen. Und jetzt suchen wir's halt. Ja, wir vom österreichischen Radfunk haben wir schon... Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt nehmen sie's ein bisschen Salz auf. Sie haben es aber ruhig gefunden. So geh's ja nicht weiter. Ja, danke. Eins noch! Eins noch! Eins noch, bitte! Es ist jetzt leider Gottes auch für die Firma ein starker Einriss, weil wahrscheinlich nicht nur ich gehe, sondern mehr. Aber ja. Gibt's da von Seiten der Radverkäuferinnen, Verkäuferin, Verkäuferinnen. Jetzt tue ich. Ich werde da wieder so rausgucken. Entschuldigung! Udo! Das Rad nicht mehr benutzen. Einsperren. Wieder Kölnerverlies, damit keiner dazukommt. Das ist sehr unpraktikabel. Aber Pferde kann man eigentlich relativ gut anhängen. Udo, geh rein! Udo! Tschüss! Ja, schau mal! Soh ich denn da! Was sagst du, ist unbeteiligter Hund dazu, ne? Kleiner Udo! Ja, schau mal! Ja, schau mal! Ja, schau mal! Ja, schau mal! Ja, schau mal!